Dieser Renault Captur steht hier zum Verkauf. Der schwarzfarbene SUV ist 5-thürig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Tagfahrlicht, Einparkhilfe, Nübelscheinwerfer, elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung und noch vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 90 PS und wird über ein Schaltbetriebe gesteuert. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017